Bis ich so alle mal plattgekriegt habe. Und ich muss vier plattgekriegen. Die Farben sind hier ein bisschen doof, aber das liegt eben daran, dass ich jetzt den Shader nicht mehr drin habe. Ansonsten würde ich hier aber kaum was sehen. Ich glaube, es ist nicht so viel Feuer. Hm, naja. So, also wir müssen... Da ist auch so ein... So ein Typ da. Naja. Ja. Ähm. Ich muss irgendwie nach oben. Und zwar am besten gleich von hier aus irgendwie. Hier... Ach, da steht ja Säule. Ja, ist auch gut. Ja, äh, hier ist es ja recht hoch. Also warum nicht gleich von hier aus? Und das Ganze muss irgendwie auf eine sichere Art und Weise geschehen. Und das kann ja heiter werden. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich muss das erstmal anders machen. Ich muss mich jetzt... Mal wieder ein bisschen umsehen hier. So, also hier... Ja, vielleicht einfach doch hier. Oder ich laufe mal weiter. Ich komme mir dann doch immer noch höher. Och, lass mich doch hoch hier. So. Da ist die Neter-Festung, ja. Da passt die lustige Musik überhaupt gar nicht dazu. So, du willst dich also mit mir anlegen, ja? Ja, das hast du jetzt. Oh, das hat aber auch... Hat aber auch ordentlich zugehauen, das Pferd. Ja, gut, ja, jetzt bin ich ein bisschen höher, aber so richtig hoch immer noch nicht. Aber da, wenn ich, finde ich vielleicht von hier aus da hochgehe, das muss ich einfach mal machen. Einfach mal hier so hochbuddeln. Also Stufe für Stufe. Das ist zwar zu umständlich, aber ich muss eben erstmal hochkommen. So. Da und da. Wann komme ich denn endlich oben an? Diese Musik. Sowas von fehl am Platze. Noch ein Pferd. So. Auch gut. Warte, kann ich ja gleich noch höher. Ja, das ist auch gut so. Ich bin jetzt auf Ebene 84. Jetzt auf 83, ja. Äh, wie hoch ist denn der Nähte eigentlich? Der ist nicht so hoch. Ich glaube nur halb so hoch wie die Welt draußen. Äh, das wären dann 128, oder? Das ist doch schon wieder so ein Pferd. Ja, dann geh weg da, du nervst. Aber das hat mir jetzt keinen Schaden gemacht. Und ich meine, dass das mich getroffen hat. So. Ach, die nerven doch. Warum? Hallo? Ja, ach so. Wirklich Schaden machen sie nicht. Sie nerven einfach so. Ja. Ja. So. Jetzt sind wir der Decke schon ein bisschen näher. Mit 98. Ja, das ist schon mal gut. Ich glaube, das ist eigentlich... Ja, ich weiß auch noch, wo ich bin. Ja, ich bin ein bisschen angenervt. Ich glaube, ich lebe die Mod da raus, wenn ich mich länger hier aufhalte. Die, die, das... Das müsste die... Äh, MoCreatureMod. Ja, oder diese Ambience-Sounds, Dingsmonster. Naja, egal. Also, ähm, ich bräuchte jetzt... Hier, da hab ich auch was. Ich müsste mich da jetzt mal ein bisschen da hochbuddeln. Äh, hoch, äh, bauen. Okay, ich scheine schon oben angelangt zu sein, ja. So, okay. Äh, noch einer höher. So, ich stehe hier gerade auf dünnem Boden. Ich bin mir dessen bewusst. Ja, äh, dann kann ich aber auch gleich... Hier, ich mach das mal zur Verhandlung auf, damit ich da auch möglichst dran denke. Ich könnte ja dann so eine Leiter hinbauen. An der ich dann hochklettere. So, aber ich will jetzt mal ein bisschen hochbuddeln, bis ich... Ja, ich mach da erstmal wieder zu. Nicht, dass ich dann doch noch runterfalle. Ich kenn mich doch. Äh, bis ich mal ans Grundgestein stoße. Na, haben wir da oben schon ein Grundgestein? Da haben wir ein Grundgestein. Okay. Ja, so... Also hier müsste das irgendwo sein. Ich mach... Achso. Ich mach hier mal ein bisschen Platz. So, da haben wir also die ersten Blöcke rundgestein. Und da müssen wir jetzt irgendwie was finden, wo so ein kleiner Raum ist, wo wir das machen können. Naja, hier... Naja, soll ich es etwa gleich mal ausprobieren? Naja, kann ich ja gar nicht, weil ich die Sachen nicht mithabe. Aber also so... So in der Art habe ich mir das vorgestellt. Da muss ich dann noch so eine... So eine Unterlage machen, irgendwie. Dann so. Ja, Moment. Das Dumme ist nur, wenn ich es jetzt ausprobiere und dann entsteht tatsächlich so ein Typ. Dann ist er da. Naja. Meine Rüstung ist auch nicht mehr die beste. Moment mal, aber hier ist sowieso kein Platz. Da kann ich den sowieso nicht bauen. Okay. Ist jetzt auch ein eher zweitrangiges Problem. Mal schauen. Vielleicht hier was? Ich brauche hier eine Fläche von 3x3. Das Grundgestein kann er ja nicht kaputt machen. Aber hier... Ja, nee. Ja, oder ich muss es einfach doch einfach irgendwie so versuchen. Hier zum Beispiel. Da wäre eine Fläche... Ah, Moment. Da braucht ja nur eins zu sein. Hier, doch. Hier könnte ich das machen. So. Wo ging es denn nochmal nach unten? Das war doch hier, oder? Ja, woanders war ich ja nicht. Ja, das habe ich jetzt wieder ganz toll gemacht. Naja, dann falle ich eben einmal runter. Also hier... Könnte man das eventuell machen. Ich muss das einfach mal ausprobieren. Und wenn es schief geht, ja, dann geht es eben schief. Okay, gut. Ah ja, okay. Da... geht es nach unten, aber nicht so weit. Ach, das ist dieser Zwischenboden. Ja, okay. Okay. Ja, genau. Das da ist das, wo ich mich nach unten bauen muss. Dann werde ich das mal machen. Ja, so weit ist das ja auch gar nicht. Okay, das lasse ich eben stehen. Ähm... Ja. Wie komme ich jetzt wieder nach unten? Irgendwie doch da. Ja, genau. Noch weiter nach unten. Vielleicht hier gleich. Ja, okay. Und ich... Ah, so, siehste. Ich habe alles gefunden. Ja, gut. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen Vorbereitung machen. Und dann, äh... Mache ich mal ein Ende für die Aufnahme. Da haben wir sogar auch noch was dran. Ja, aber das brauche ich doch nicht. Ich kann das einfach mal alles mitnehmen. Die Kiste lasse ich aber mal da stehen. So, ich müsste jetzt wieder den Fackeln folgen. Und hier, da sind sie. Und da, Moment, da lang. Eigentlich hätte ich schon Lust, das jetzt noch auszuprobieren. Ja, dann muss ich noch in der Aufnahme dranhängen. Das, äh, geht da nicht anders. Also doch, es geht schon anders. Aber ich will das lieber nicht machen. So. Okay. Oh, dieser Lärm, der nervt. Ne, das ist... Das ist nicht so gut gemacht hier, Meta. Also, dass da so ein bisschen sowas ist, ist natürlich völlig in Ordnung. Ist ja auch ganz gut so. Aber... Äh... Ist ein bisschen zu viel, das Gnä. Naja, aber bis ich mich jetzt ordentlich vorbereitet habe, vergeht auch noch fünf Minuten und dann kann ich in der nächsten Aufnahme das machen. Dann, äh... Was mache ich dann morgen? Muss ich ja heute nicht machen. Kann ich morgen gleich richtig loslegen. Da geht es mir mit meiner Stimme vielleicht auch besser. Wenn ich denn mal irgendwann gesund werde. Das zieht sich schon viel zu lange an. So. Ach, komm, wir... Wir machen das jetzt einfach mal so. Ich lasse jetzt mal den Shader einfach draußen. Ähm, ne, ich wollte da... Das brauche ich da eigentlich auch nicht. Warum soll ich hier was lassen? Komm, ich nehme das alles mit jetzt hier. Kiste und Werkbank lasse ich da. Ja, okay. So, dann mal ab ins Lager. Och ja, es sieht gleich ganz anders aus. Ja, die paar Sachen kann ich auch später noch wegräumen. Was wollte ich jetzt machen? Ja, ich brauche Seelensand und diese Schädel. Mehr ja nicht. Äh, noch was zu Futter natürlich. Haben wir da Seelensand? Ja, das kann ich natürlich im Neta auch abbauen, aber... Damit ich jetzt mal alles hier habe. So, dann, äh, was zu essen. Wenn schon, dann auch genügend. So. Ähm, 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 die Schädel fehlen noch. Ah ja, Rüstung, komm, ich gönne mir dafür jetzt eine neue Rüstung. Ich habe ja gerade Diamanten gemacht. Ähm, ja. Die ich jetzt hier habe. Ich räume dir das mal aus. Das ist alles weg hier. Äh, dann brauche ich mal Diamanten. Moment mal, ich wollte doch... Moment. Ich mache das... Ich mache mir einfach nochmal neue Diamanten. Die anderen sind jetzt im Atelier. Ja, ich weiß, aber... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh, das ist die Diamant-Essenzkiste aber leer. Ach. So. Gut. Diamanten kann ich ja gleich hier machen, die Rüstung. Einen neuen Helm. Dann, äh... Einen Harnisch. Aber hier. Dann eine Hose. Und da haben wir gleich Schuhe. Wunderbar. Dann ist von den Diamanten auch nicht wieder so viel übrig. Dann nehme ich das weg und das an. Habe ich vielleicht irgendeine Rüstung, die mich unsichtbar macht oder sowas? Wäre ja auch nicht verkehrt. Ich habe eine, die mich... Ne, habe ich nicht, aber die kann ich dann... Ja genau, die kann ich aber erst danach bauen. Äh, die mich fliegen lässt. Das wäre ja natürlich auch nicht verkehrt. Und die lässt mich unter Wasser atmen. Nun ja. Bringt mir jetzt aber auch nichts. Da ist nichts mehr drin. Da auch nicht. Ja, okay. Und da? Auch nicht. Okay. Ich habe also nur eine Rüstung, die mich unter Wasser atmen lässt und mehr nicht. Ja, dann ist das eben so. Okay, nochmal zurück zum Lager. Die Rüstung... Schmaße ich jetzt damit rein? Hier die... Die alte... Ob mir der Schild wohl was nutzt? Das könnte schon sein, aber... Ach, ist mir egal. So. Ähm... Jetzt habe ich... Ah ja, die Schädel brauche ich ja noch. Genau, richtig. Ach, ja, stimmt. Ich wusste doch, da war doch noch was. Im Agrarplatz. Ich wollte doch da noch mehr. Ja, jetzt weiß ich es auch wieder. Die Schädel nämlich. Ich werde ihm jetzt... Ja, doch. Ich kann mir... Ja, ich... Ich habe doch genug. Ich kann mir jetzt mal sechs Stück mitnehmen. Und... Ja... Damit wären wir... Damit wären wir wieder Abmarsch bereit. Aber den Abmarsch machen wir dann beim nächsten Mal. Ich könnte mich... Ja, ich bleibe nochmal da. Vielleicht habe ich ja dann doch die Hosen voll und mache doch jetzt was anderes. Ähm... Ich bleibe also jetzt mal hier stehen und beim nächsten Mal will ich dann gleich zum... Äh... Äh... Wieder in den Neta. Und dann wollen wir das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Auf dass wir bald den ersten Neta-Stergen bekommen. So, viel dazu. Wir bleiben erst mal so weit. Ich, äh... Bedanke mich fürs Zuschauen. Also hiermit vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.